Woher ihr Ratten da? Komm her du Ratte, zack! Komm schon, komm schon, komm schon! Was ist denn? Ja man, Death Machine! Da hab ich ja genug Kohle erstmal um an die Kiste zu gehen gleich Ja, dann müssen wir mal einen am Leben lassen, ne? Ist das der letzte hier, warte? Ich weiß es nicht Dann warte doch immer Hier ist auch noch einer Den letzten, den der bei mir ist, den lass ich mal leben jetzt hier Ja lass einen hinter dir herlaufen, ich guck ob noch irgendwelche Langler hier sind, aber ich glaube nicht So, dann geht's mal oben zur Küste Ja, alles klar Was ist das denn? Ja, das ist die Wunderwaffe, die müssen wir hinterher aufmotzen und Jordi den Arsch ballern Aber die will ich doch nicht behalten Die ist eigentlich nicht schlecht Haha Ja, rpg Ja, siehst du? Sowas will ich auch Sowas will ich auch Die scheiße will ich nicht haben, ohne Kack Halt meine Zombie weg bitte Wo ist er denn? Ja, da ist er, ja, ich lauf Zombie, komm zu mir Alles klar Naja, ich behalte die Sniper jetzt Arschläng So, lass uns, egal, lass uns, meint die Sniper ist gut, ja, ne? Ja, test an den Zombie Ja, ja, damit sprengen wir die Entspreng-Munitionen Oh, alter Wozu hin, wieder hoch? Erst halt habe ich hier stehen mit Der ist zwar ziemlich zu viel kommt, springe ich runter Dann müssen wir auf die andere Seite jetzt Ja, du hast genug Kohle Du kannst das Ding da Den Schiff wegmachen Ja, dann komm Wo bist du? Oh, ne, ich nehme doch lieber die Alles klar, danke Ich habe die auch gekriegt Ja, komm, dann Du hast genug Jetzt hast du eigentlich auch nicht genug Kohle Aber egal, dass wir hier oben bleiben erstmal Ja, geil Dann mach ich erstmal die Auge leer Ach, du Schatz, was runter springen Das war auf die, ich geh auf die kleine Insel Ja, Insel Packet Punches hier, warum? Ja, der Spot doch immer Nach jeder Runde verschieden, oder? Ja, ja, alle zwei Runden spawnen immer Mal zwei Ey, wir müssen mal einen Crawler langsam herkriegen, ey Ja, warte, das ist noch nicht der letzte Wenn die alle wegmachen Ja, kommen jetzt noch welche Ich weiß das letzte, glaube ich Ja, komm, jetzt erstmal erstmal Richtung Leuchtturm Mach mal das Schiffchen da weg Das da steht Das ist mehr Kohle wie ich Der Zombie ist hinter dir Tak 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 Was gibt's denn jetzt hier? Nichts, oder? Doch Wir können auf jeden Fall schon mal Hier war doch auch irgendetwas mit Geheimnis, bla 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 Ja, diese komischen Leute, die im Leuchtturm sitzen. Ja, genau. Jetzt ist der Zombie hier vorbei. Die Kiste ist ja immer noch da oben. Ja, die war ja noch nicht leer. Jetzt aktiviere ich erstmal Easter Egg Song. Na, mach mal. So. Und bist du lang runter? Ja, ja. Wow. So. Hast du aktiviert? Ja, klar. Da kommt's schon. Was ist der letzte? Ich bin nicht bereit, zu sterben. Machen wir den Platz oder was? Was ist eigentlich der für ein Automata unten, der da stand? Wollte nicht. Und sich drauf geachtet. Evangelist 7 for. So, komm, Zombie, komm. Ja, nein, 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 ich war nicht. Alles klar. Ich geh noch mal an die Fiste. Komm, bis sie weg ist. Am Spawn, die weg ist mal weg. Ich bin eine andere Waffe. Ich bin eine große MG haben. Was ist eigentlich hier eigentlich? Das ist auch ein Automata dahinter. ich das geilste von den E-Style X wir müssen wir gucken wo der ist vor die Spawns du bist nach oben gegangen? ja ja na ich komm mal hoch oh jetzt kommt der ist tot Quatsch der ist über das gerade nach Pult geflogen oder der ist nur rüber geflogen ha der ist rüber kommt doch gleich wieder hoch ja dann müssen wir zurück laufen bis hierhin jetzt ist Bucker Punch ohne Kiste hinterm Leuchtturm ja wir können ja von hier aus zum Leuchtturm hin ja wieder aufs Katapult hier geh ich mal hier hin 1,2,3 runter Attacke danke so die Tür hier aufmachen du hast tausend mehr mach mal auf dann mach ich die untere auf sag mal jetzt runter hier obwohl hier oben geht es auch noch ein Automat glaube ich hier oben ne die ah die Kiste kann auch da oben gespawnt werden stimmt das war so aber meistens ist es hier unten ne ja ja okay du wirst nesota der ist hierоля jetzt kommt der du wirst die�을 ich dich hier ja jawoll Wie kostet das hier 3000? Boah ich will frieren ein ne? Ja hier zack 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 Was sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir hier Hier ist noch die andere Tür Ah da ist die AKU Können wir nochmal hier aufmachen? Egal, dann können wir jetzt ein bisschen mehr rumlaufen Dann mach du nochmal die Kiste zum Turm nach oben weg Wow Mal gucken was da oben nochmal ist Da war auch eine Seilbahn ne? Genau, eine Seilbahn und hier um die Ecke Hier ist die Kiste Siehste Ein Automat war glaube ich auch noch hier oben oder? Ja da Todeskriege Kopfschüsse Deadshot Der letzte Zombie kommt Ja das mal auf die Seilbahn Okay Okay, dann ist das Shit Alles schon großartig freigemacht Jetzt können wir überall rumlaufen Welche Auto Welche Auto ist das denn? Ah, dritte Waffe tragen Echt? Ja, Multi-Kick Die gab es auch schon hier Auch 3000 Das Ding haben wir noch weg gemacht, wenn wir hier runterspringen Das Boot ist noch nicht weg Ja, 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 aber wir können ja noch, wir können ja noch, ah, Schreiner, wir können ja noch hier lang Feuersail Feuersail Da ist ne Kiste Dann lauf doch Lauf, aber das heißt immer so lahmarschig Komm schon Einmal dran Geh du einmal, dann geh ich einmal Die Farmers, ne die will ich aber nicht, weil ich will die auch Das wird hier auch zu schade für Scheiße Zack Inster Kill Messer Kill Ah, Death Machine Sehr gut Zack Jetzt habe ich 3000, dann kaufe ich mir, glaube ich, äh, Multi-Kick Oh, Backup 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 2,5 habe ich gleich auch schon Aber meine Auge ist gleich leer Scheiße Meine Auge ist leer, nur noch die RPK Ich geh jetzt ja wieder auf die Insel, von Weitem erstmal alle Obwohl, scheiße, die können jetzt ja auch hinter uns spawnen, ne? Ja Oder, oder haben wir das Ding mal frei gemacht? Ja, das Ding ist frei, müssen wir inzwischen seitdem mal gucken Vaientus Waaat Kommen die denn jetzt alle her? Ja, die Runde hat schon neue Gestaltung, schon bei Runde 12 Ach so Ja, ich geh' von der Insel runter Oh, Max Ammo. Ah, geil. Das hat nicht eine Mope. Obwohl ich die. Ah, geiler Scheiß. Jetzt haben wir nur noch 1000 Punkte zum Aufwärts. Das schaffe ich in der Runde locker. Wenn Bucker Punch nicht verpisst. Naja. Oh, hi, oh. Ich will nicht, was ich aufmache. Die Railgun, glaube ich. Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Hier, bei dem Spiel, sind es die Bester. Ich hab's gleich. Ich auch. Du hast schon. Hinter dir. Ja, Packer Punch ist weg. Ja, dann musst du gleich gucken, wo der gelbe Strahl ist. Entweder im Schiffsbruch oder halt. Dann müssen wir jetzt die letzten... Ah, mir fehlen noch 120 Punkte. Wie viel zum Missrum denn hier noch? Da ist noch einer. Das war nicht der letzte. Lass das letzte Mal leben. Wir beide nämlich 5000. Ich glaube, wir müssen aufs Schiff, dann sehen wir das besser. Ja, warte, der Lichtstrahl kommt doch erst noch. Ja, aber vom Schiff aus sehen wir das besser. Wenn ich ganz nach oben, dann sehe ich halt, ob das halt ein Leuchtturm ist oder ein Schiffsbruch. Abwarten. Nee, der fixiert sich ja noch. Das dauert ja noch. Hast du dich rübergeschmissen? Nein, nein, nein. So, ich gucke. Der sucht noch, der sucht noch. Er hat den Zombie rübergeschissen. Hahaha. Nee, kann nicht sein. Zombie war nicht. Katapult hat sich, glaube ich, bei mir zweimal betätigt, obwohl ich nicht da war. Ja, ich war doch auch da drüber. Bäh, Zombie. Ach, du Heiliger. Ach, du Heiliger. Der ist aber schnell heute. Der sucht immer noch. Vielleicht kommt das auch erst Anfang nächster Runde. Nee, ich glaube nicht. Möglich. Meine. Der kann auch unten spawnen, wo Jaranock ist, ne? Ja, ja, genau. Da. Und halt hinter der. Oder meinst du echt? Das kann sein. Nein, ja. Machen wir das nächste Runde. Guck mal, was jetzt passiert. Dann springen wir gleich wieder runter und machen, um ihn wieder auf der Insel alle weg. Ja, ja. Jetzt bin ich hals nachladen. Sich hals halber schon mal. Sucht noch, sucht noch. Naja, er wird erst Anfang der Runde jetzt gleich. Rankommen. Sucht immer noch, sucht immer noch. Ich glaube, jetzt kannst du da, jetzt sucht er. Es ist... Äh, ja, komm nach hin. Er sucht immer noch. Er sucht ja immer noch, alter. Das dauert immer ein bisschen. Wir müssen runter gleich. Aber noch ist Insta. Am Ende des Schiffs. Oh ja. Da kommt das runter. Ja, los runter. Ja, am Schiffsende ist das gleich. Pass mal auf die Insel nochmal. Tontor umschießen. Beide runter geschossen. Haha. Ja, das ist aber kein getroffen. Nee, nee, nee. Pass auf, da kommen voll viele. Von beiden Seiten. Ja, ich fühle es gut. Moop. Kaboom. Sehr gut. Ja, ich fühle es gut. Ach du. Ja. 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 Ja.